Machen Sie sich bereit für eine Reise in die Vergangenheit und erleben Sie eine spannende Gegenwart. Am 21. März um 12.30 Uhr lädt die Wobau Parchim gemeinsam mit den Lewitz-Werkstätten zum Tag der offenen Tür in das Giebelhaus am Alten Markt ein. 400 Jahre Stadtgeschichte zum Anfassen im neuen Glanz. Nach vielen Jahren Leerstand kehrt das Leben in die architektonische Perle der Stadt zurück. Seien Sie bei diesem historischen Ereignis in Parchim unbedingt mit dabei.